Wir haben es hier mit einem ausgesprochenen Schutzwald zu tun. Das heißt, er soll Erosion, Murgänge und Hochwasser verhindern. Er ist hier ein Lebensraum für Wildtiere, für verschiedenste Pflanzenarten auch. Wir versuchen jetzt, diesen Föhrenwald in einen laubholzreichen, naturnahen Mischwald umzuwandeln, indem wir also schlitzweise geschädigte, kranke Föhren entfernen und dort dann Laubholzinseln schaffen. Das heißt, wir pflanzen die Baumarten des natürlichen Waldes, Pflaumeiche, Blumenesche, Kirsche und weitere Laubbaumarten. Diese verschiedenen Laubbäume erfüllen dann die Funktionen des Waldes besser, sind natürlich auch sehr gut für die kommenden Klimaveränderungen angepasst. Er geben einen besseren Lebensraum für Tiere ab, erhalten die Bodenkraft und fördern den Wasserrückhalt. Hier kann jeder beitragen, auch indem er dann selber solche Bäume pflanzt, die dann für mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte diese Aufgaben erfüllen werden. Machen auch Sie mit pro 1000 Euro Festgeldanlage, die Sie in einer Filiale der Raiffeisen Kasse Bozen zeichnen, kauft die Bank ein Bäumchen an, statt Zinsen zu zahlen. Die Bäumchen werden von den Mitarbeitern des Forstinspektorats Schlanders gehegt und gepflegt und alle Teilnehmer an der Aktion Bäume statt Zinsen werden im nächsten Frühjahr gemeinsam ins Finchgau fahren, um die Bäumchen selbst zu pflanzen und gemeinsam einen Erlebnistag Wald zu verbringen. Und übrigens, es erwartet Sie auch ein Überraschungsgeschenk, mit viel Liebe zum Detail gestaltet und entworfen von den Mitarbeitern der Sozialgenlosenschaft GWW für Menschen mit Beeinträchtigung aus Bunsen. Ethical Banking – wissen wofür. Machen auch Sie mit und geben Sie Ihrer Geldanlage einen Mehrwert. Langfristig, sozial, ökologisch.